32 kratos los hallo herzlich willkommen bei tiger knight let's play together wii hallo unser matsumaro unser wie heißer typ noch mal der herkommen dabei ist der bimi richtig auch und ich der die schlanker wir spielen die könige und er rennt wieder vor du doch nicht mein matze du idiot ja ich glaub dir irgendwie nicht ja ich bin verstopfen Du kleine Pissbuck, ey. Ja, Mats, weißt du, der rennt extra über die Treppe, nur um mich zu ficken. Ja, natürlich, würde ich aber auch mal. So, Pierre, bitte, 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 bitte nicht sterben, ja? Meinst du, es fällt auf, dass ihr unsere Basis gerade da einnehmt, ja? Ja. Ich bin's nicht. Das ist doch so. Ja, es fällt ja nicht auf. Ach, was. Er kann eigentlich diese ganzen Wagen da platzieren. Das können die Römer, oder nicht? Doch. Ich hab doch Römer bei mir an der Seite. Oh, das ist ein Adjudant, der das kann, aber eigentlich nur Römer sein. Das kann natürlich sein, das ein Adjudant. Das kann ein Adjudant sein, ja. Römerischer Adjudant. Also, ich wüsste mich nichts. Kann nicht so richtig sein, nein, ist nicht fein. Anstrengend an Gelegt auf die Fresse, ich mich habe Merkt man nicht bei dem Gesicht Ich habe ein schönes Gesicht Die Aldi-Tüte für 18 Cent oder so Nein, 16 Cent, aber danke, dass du mich so hoch eingeschätzt hast Alter, diese Schildgewies Ach Die Schildgewies Die Schildgewies Alter Alter Na was, sehen die Soldaten aus oder was? Wie sollen sie mir ausgehen, wenn ihr die Basis da eingenommen habt? Keine Ahnung Ich arbeite Die Schildgewies Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass die Schildtypis einfach nicht nur krass sind, die sind ultra krass. Also ich habe gedacht, die Röhmen von den Röhmern, die sch***. Ist aber nicht so. Die ficken gerade alles weg bei mir, das ist so schlecht. Meiner Meinung nach sind das Strohschilder, also echt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Hier bitte nicht sterben, ja? Bleib am Leben. Versuch's gerade, ich krieg aber nur Probleme. Nein, keine Probleme. Überleben. Alter, ich habe hier drei Stück. Ja, dann verzieh dich da, wenn es sein muss. Ist klar, ey. Nimm mich, nimm dir. Was, was? Woah! Ah, schon! Komm schon! Ja, tut mir leid. Ja. Fick mir, fick mir. Tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Herr zu Herbert gesagt, dass Pierre auch da ist. Dann wollen wir noch mal regeln. Du standst ihn eben hier. Konnt ja nicht anders. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Echt nicht. Du leid. Ja, Bemi sieht sowas nicht. Der hat kein Auge für sowas. Das ist richtig. Freund oder Feind? Mhm. Kann er nicht einschätzen, weiß er nicht. Alter, welche Fraktion hat die Schild, Tipis? Jetzt mal wirklich. Deine Russen. Echt? Okay. Dann kaufe ich mir gleich mal die Russen, ey. Das ist nicht normal. Ja, ja, ja. Wagen, Nerven. Hört auf, das aufzustellen. Ich kann nicht schießen. Gleich wieder da. Jawohl. WP. Äh, bis gleich. Mann. Weil die Schildtypen, die haben... zwei ganze Armeen von mir einfach mal weggefistelt. Ja. Und das... Ja, dafür sind denn A-Kämpfer mit Schild ja auch da. Das heißt... Äh... Pigniere wegballern. Weil sonst würdest du ja gar nicht rankommen. Weißt? Ja, schon. Aber die sind stark. Ich weiß. Die... Pigniere sind auch stark. Die haben auch so 250 Leben. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Du bist mal weg. Jawohl. Guck. Ja, ich hab keine Leute mehr What the fuck Ficke, Alter Felix, wo bist du? Ich bin dabei, unsere Boss zu verteidigen Alter, ich hab hier zwei Stück erledigt, ja? Ich glaub's dir nicht Du, warum bist du denn tot? Erklär mir das mal, erklär, Bär Du dumme Stück Scheiße, Alter, echt Was? Echt Ich weiß echt gar nicht, was für ich sie ganze Zeit gemacht habe Ich hab echt Probleme mit Schildtypen Ohne Scheiße Okay Ich hab schon den schwierigsten rausgenommen, das war Matze Ah, du bist halt der Konter gegen Pferde, ist es Ah Echt Mit was für Einheiten spielst du denn, Felix? Bei Pekniere Ja, wie gesagt, alles was gegen Pekniere ist, ist gegen Pekniere Könntest du so zu sagen, also alles was dich schwerer hat, ne? Oder eine Axt, irgendwie sowas Und Ja, alles was du lanser hast, ist gefährdet So eine Scheiße da Ja, nee, find ich nicht Boah Nichts verpassen Alles wird gut Näh Ach, wieder angeschissen Angeschissen? Im Arsch Ja, kommt her What? Ach, da kommt ein bisschen an der... Alter Ach, da sind noch Bogenschützen, okay Ach, da sind noch Bogenschützen, okay Nein. Äh? Picknirill. Alter. Voll besser an, der hat ganz normale Picknirill. Heftig. Hm. 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 Ich brauche Hilfe, Pierre. Ja, wo ist er denn? Bist du noch du? Du kommst doch nicht zu Hilfe in der Mitte, also. Ich habe unseren Boss beschützt eben. Während du Fiki-Fiki gemacht hast nebenbei. Ja. Dann hole ich mir noch einen kurzen. Bis gleich. Du musst gleich. Bis gleich hier vorbei. Okay, beam me one on one. Ich habe keine Truppen mehr. Was? Okay. Geh sofort weiter. Ich stehe ja fast an der Flagge. Oh, ja. Entgierlich. Ich komm gleich. Ja komm, das ist der Hitler. Ja, ja. Was sind wir dachten dann? Nein. Komm, Arschleck. Scheiße, nein. Fuck. Warte. Raid. Geht auf Raid. Mann, so. Oh, jetzt. Ready? Ja. Scheiße, zu früh. 80 Alter Ich lebe, ist ein Schläger Ich lebe Alter, dass du immer noch weiter schlagen kannst, ne? Selbstmord Oh, nee Das gerät dir nicht Mord derzeit Ey, komm Der Schläger ist einfach göttlich Ja, weil er echt schnell zuschlagen kann Das wäre der Vorteil, weil er so leicht ist Ich finde, die Leute fühlen sich einfach verarscht, wenn die Ja, ich weiß Auf Wiedersehen Bis dann Ciao Ja, ich weiß Ah, ich weiß